Wir sind hier am Stand von Campwerk, natürlich aber auch von iCamper und iCamper ist aktuell jetzt tatsächlich im Dachzeltbereich unser aktuell gut laufendes Produkt, das ich Ihnen heute auch gerne vorstellen möchte. Wir befinden uns gerade eben vorm iCamper Skycamp. Das Besondere an dem Zelt ist einfach, dass wir die Möglichkeit haben, das Zelt relativ schnell abzubauen, innerhalb von 30 Sekunden, aber auch genauso schnell wieder aufzubauen. Also in dem Moment brauche ich zwei Männer, die ein bisschen mit anpacken. 76 Kilo hebe ich mit zwei Mann einfach aufs Dach. Auf vier Schrauben befestige ich das Dachzelt auf dem Dach und dann ist es schon festgestellt und reisebereit. Für all diejenigen, die kein großes Fahrzeug haben, können natürlich auch bei uns die iCamper Mini-Variante nehmen. Das wiegt nur 56 Kilogramm und so ist es natürlich dementsprechend auch schön und einfach aufs Fahrzeug zu machen, genauso wie die große Variante. Die Liegefläche beim iCamper Skycamp liegt bei 2,10 x 1,90 m und beim Skycamp Mini liegt die bei 2,05 x 1,28 m. Unsere Zielgruppe ist junge Leute. Die müssen wir Platz im eigenen Zelt haben möchten. Junge Familien, kleine Familien mit zwei, drei Kindern. Das sollte eigentlich alles möglich da oben drin sein. Also wir haben da echt viel Raum drin.